Stärkereinsatz Aber nicht so hart trocken. Da find ich eigentlich nicht gut. Wow! Gegen die Ladde! Der muss doch reingehen, Mensch. So, jetzt steht der Torwart zu. Und weiter mit! Ja. Ja. Ey, komm schon, fairer Zweikampf. Nächstes Mal hol ich mich vorhin. Ich hab das noch mal gesehen. Ach ja, nur so zur Info. Also das Spiel, was ich... Ich hab ja ganz am Anfang von der... Als ich die Dämon gespielt hatte. Ich spielte mal ja so ein Spiel, Liverpool gegen Man City. Also bloß in dem Titel in der Premier League. Äh, ja, da... Das kam hier auch. Aber ich hab das gecritelt, weil ich wollte eigentlich direkt Ultimitieren. Ich wollt gar nicht ehrlich noch mal mit den normalen Features aufhalten. Die kennen die meisten vielleicht eh schon. Und die es nicht kennen. Die werden es irgendwie auch gespielt. Aktuell bin ich ja nicht so auf dem Level. Aber ich denk manchmal auch viel Zeit, um auch wieder... Ich sag mal auf mein Skill Level zu kommen. Oh Mann, kein ganz... ...dringlich akzeptabel. Ich bin so... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Oh nooo... Erstmal relativ kompressiver vorne rein. Oh Gott... Das ist ja auch mal ein bisschen... Oh Gott... Oh Gott... Das mag ich nämlich auch, dass das Spiel eigentlich fließend läuft, das heißt Freischuss oder so, dann heißt der Schütze läuft dahin, alle stellen sich offen zu. Du könntest gritten aber mussten, das heißt du findest ja auch einfach das Spiel. Highlights will ich im Ganzen, weil da wird eh nur das Tor sein und ansonsten nur Müll von mir. Ich werde ein bisschen umstellen, mal gucken, was hier fällt. Oh, ich hab Ibra, wieso nutze ich den denn nicht? Was ist denn los? Ne, also das finde ich echt komisch. Reus 86 ist, finde ich immer noch relativ low, aber schon mal besser. Und Maikon kann raus, dafür kommt hier den Star. Also so dann, hab ich nur noch einen Wechsel, glaube ich. Ähm, ich hätte auch direkt so machen können. Und zwar Anweisungen, ich will erstmal die Taktiken auf Konter, weil die alles relativ schnell sind. Anweisungen vor allem für, äh, für ihn. Achtung. 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 Ich bin der Himmel. Ich bin der Himmel. Ich bin der Himmel. Ich bin der Himmel. Alter, ich bin der Himmel. Ich habe noch gehört, dass der Himmel seinen 5. Stern verloren hat. Er hat noch zum Glück. Dankeschön. Ob kein gutes Tor war, war ein Tor. Ja, für Lewandowski. Wie ist das? Mir kommt bei dir. Wie ein richtiger Stürmer. So, jetzt wollen wir hier auf jeden Fall einen ersten Spieler, den ersten Sieg holen. Wahrscheinlich eher körperlich. Und ich find's auch schon alleine, ich bin zu früh, dass ich auf die Zimmer stehen war. Jetzt kann ich immer überall online spielen. Das heißt, ich muss nicht mehr mit 30 Euro für drei Monate bezahlen oder so, wenn ich nur nicht so scheiß online spielen kann. Also das find ich nicht viel. Wohhh! Wohhh! Woh! Unig! Woh! Boah, gut. Kack, ja. Verdammt. Das ist jetzt nicht so geil. Nein, 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 nein. Ich mache das schon. Ich meine Mama. Ich habe mich auf den Weg zum Zamenberg. – Ich habe den Weg. Das ist so geil. Danke! So ein Feuer, jetzt geht es ein bisschen an. Das ist nämlich auch neu, diese Emotionen. Hat er auch verdient! Oh! Oh! Ich habe es letztens geschafft mit einem Freistoß, der eigentlich als Flankbedarf direkt verwendet. Das finde ich immer sehr witzig. Ich glaube sogar noch ein FIFA 15. Ich bin nicht green. Ich verscheide sich mineim. Es läuft! Nein, nein! Du gehst dazwischen, du gehst dazwischen. Du bist behindert oder so? Nein! Okay, das war kapierlich. Viel zum Glück! Ah, stopp, komm auf das schaffte Türchen. Hier, Alter. Wie sind wir heute? Wow. Wir haben einfach alle gute Spiele gehabt. Wir haben alle schlechten. Was? Ich hab die auf Paufen gestellt, soweit ich weiß. Und das... Auf dem Niveau sieht anders aus. Ja, aber... Juckt mich ja nicht mehr. Ja, Ibra! Tanket euch! Das ist aber gut. Das ist ja nicht von mir! Und dumm! Verdammt dumm! Das ist ja nicht von mir! Und dumm! Verdammt dumm! Das ist ja nicht von ihm! Das ist ja nicht von mir! Und da hat man den Mund erzeugt. Und dann geht es vorbei! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020